Heute wollen wir dir mal erzählen, warum einer unserer Partner letztes Jahr nach 84.000 Euro für Leadportale ausgegeben hat und warum er das dieses Jahr nicht mehr machen wird. Viel Spaß dabei! Ja, herzlich willkommen zum Video! Wie immer, mein Name ist Alex und Marvin ist auch wie immer am Start. Hallo! Wir wollen heute mal über ein Thema sprechen, was wir persönlich sehr leidig finden. Wir haben ja als A&M die Mission, damit sich Handwerk wieder lohnt, die Wertigkeit des Handwerks zu erhöhen und ein sehr großer Player, ich sag jetzt mal Player, eine sehr große Tendenz, die dem entgegenwirkt, sind die Leadportale. Warum? Weil Leadportale das Ziel haben, dass die Endkunden so billig wie möglich einkaufen können. Und es ist klar, dass sich das Handwerk wieder lohnt und billig einkaufen, das beißt sich irgendwie. Also Leadportale haben eine genaue Gegenströmung, die wollen dafür sorgen, dass das Handwerk möglichst billig verkauft. Ich glaube nicht, dass sie das Ziel haben, dem Handwerk zu schaden aktiv, aber sie machen es halt mit ihrer Weise. Und deswegen sind wir immer großer Fan davon, möglichst viele Kunden von Leadportalen wegzukommen und freuen uns da über jeden Euro, der in eigene Werbung gesteckt wird, weil es einfach mehr bringt. Ja, unsere Mission ist ja letztendlich, dass das Handwerk attraktiver wird und sich wieder lohnt und das schaffen wir halt nur, indem die Handwerksbetriebe gutes Geld mit ihren Aufträgen verdienen, weil nur dann sind sie in der Lage, ihren Mitarbeitern auch gutes Geld zu zahlen. Ja, so. Und das, also Fakt ist, das kann so gar nicht funktionieren, weil wenn ich jetzt ein Leadportal bin, dann gebe ich ja die Anfragen an drei bis vier bis fünf teilweise auch Betriebe weiter. PV-Bereich hat noch mehr. Genau, und diese Betriebe streiten sich dann sozusagen um diesen einen Auftrag und unterbieten sich möglichst weit, um sozusagen irgendwie diesen Auftrag zu bekommen. Weil du hast ja auch Geld gezahlt für die Anfrage und das willst du auch, ja, das willst du auch wieder reinholen und du willst natürlich den Auftrag auch schreiben, ja, und dann hast du vielleicht jemanden anders und dann sagst du, komm, dann gebe ich die 200 Euro auch nochmal runter und ja, am Ende bist du da und hast ganz, ganz viel von deiner Marge abgegeben und hast viel Zeit investiert, deine Leute haben viel Zeit investiert und bist weit davon entfernt vielleicht einen lukrativen Auftrag zu schreiben, der dazu führt, dass du halt, ja. Man muss einfach so sagen, viele sagen jetzt ja, ja gut, aber die Leute, die dauerhaft schlecht kalkulieren, die verschwinden vom Markt, ja, mag sein, der hält vielleicht zwei, drei Jahre nur durch, der so schlecht kalkuliert, dann ist der weg, aber bis dahin sind drei andere gekommen, die so kalkulieren. Das heißt, du hast immer Leute im Markt, die niedrige Preise machen und die Leadportale ermöglichen es, denen halt relativ gutes Sprachrohr zu bekommen und ja, das ist halt ein großes Problem einfach. Und wir haben jetzt einen Partner, bei denen ist es konkret so, der ist im Bereich Bauelemente unterwegs und der hat letztes Jahr mit uns sehr wenig Werbung ausgegeben, hat auch gesundheitliche Themen und der hatte über uns zum Beispiel in dem Fall jetzt 8.000, 8.500 Euro ausgegeben, so in der Drehung. Er hatte, und das ist interessant, ich habe ihn dann gefragt, ja, okay, aber er meinte zu mir, ja, wir müssten mal sprechen, weil ich habe das Gefühl, ich gebe sehr viel Geld für Leadportale gerade aus, so ungefähr 4.000, 5.000 im Monat und ich habe das Gefühl, dass da nicht so viel reinkommt wie bei euch gerade. Und ich so, okay, gut, lassen wir die Zahlen angucken, ich sage, bringen wir bitte die Zahlen beim nächsten Mal und dann meinte er beim nächsten Termin, das war einen Tag später, du Alex, wir müssen dringend was machen, weil A, ich gebe nicht hier bis 5.000 aus, ich gebe 7.000 Euro im Monat gerade aus, also 84.000 Euro wirklich letztes Jahr sind für Leadportale draufgegangen. Dafür hat er 950 Anfragen bekommen in Summe, davon sind 42 Aufträge gewonnen, ich kann mir das ja ganz gut merken. Letzten Endes ein Wert pro Auftrag war das, oder Wert, Kosten pro Auftrag von 2.000 Euro, das ist krass. Mit uns hat er im gleichen Zeitraum um die 150 Anfragen bekommen, für aber ein Budget von 8.500 Euro ungefähr und hat daraus 22 Aufträge gemacht. Die Hälfte von den Leadportal-Aufträgen, aber hat auch nur ein Zehntel des Budgets ausgegeben. Also faktisch gesehen, wir haben unsere Maßnahmen einfach fünfmal effektiver und es geht jetzt nicht darum zu sagen, jo, er macht die besten Werbemaßnahmen, es geht einfach darum, dass vielen Leuten, da ist jetzt kein Einzelfall, das höre ich sehr häufig, die sagen zwar, bei Leadportalen habe ich ja absolute Kostentransparenz, aber im Endeffekt sagt das Leadportal dir, okay, wir liefern dir zwischen 5 und 10 oder 15 Anfragen. Und dann ist es halt mal so, und dann sagen die, die Anfragen kosten, wenn es eine unique Anfrage ist, irgendwas um die 90 Euro, wenn es eine, oder 100 Euro, ist ja gerade auch teurer geworden wieder bei denen, wenn es an 3 geschickt wird, dann vielleicht 60 Euro. Dass dann aber der Durchschnittspreis eben nicht bei irgendwie 70 Euro liegt, weil es häufig die, die an 3 geschickt werden, du bekommst, sondern die angeblich unique, die aber auch schon irgendwie Angebote vorliegen hat, seltsamerweise, das merkt man halt erst am Ende des Jahres, wenn man wirklich mal nachrechnet. Und so hat er einfach mal, ja, 20.000 mehr ausgegeben, als er dachte, und viel weniger Ergebnisse hat gehabt, weil diese 950 Anfragen und dann 42 Abschlüsse sind gerade mal 5%. Witzigerweise bei uns die Abschlussquote mit 22 durch 150 sind ungefähr 15%. Ja, und man muss natürlich auch noch den Aspekt betrachten, dass du ja das Geld eigentlich dem Leadportal in den Rachen geworfen hast. Ja. Und dieses Geld hättest du auch investieren können, um in deiner Region bekannt zu werden wie ein bunter Hund, muss man ja auch ehrlich dazu sagen. Ja, weil du bist ja in der Region gar nicht sichtbar, wenn du über Leadportale deine Anfragen kaufst, sondern da bleibst du ja unsichtbar, unterm Radar eigentlich schon fast. Und wenn du dieses Geld investierst mit sowas, was wir machen, da wirst du ja in der Region richtig bekannt und sichtbar. Ja, also der Punkt ist halt, er hat einfach dreimal mehr Leute beraten müssen für ein im Endeffekt schlechteres Ergebnis, hat keinerlei Bekanntheit dafür gewonnen in der Zeit, hat im Endeffekt das Leadportal nur bekannter gemacht. Und die große Herausforderung ist, also er wird dieses Jahr, so wie wir das jetzt besprochen haben, wahrscheinlich gar kein Geld reinstecken. Also wir haben jetzt einen Plan gemacht, wie wir konkret sein Marketing aufbauen, aber sollte es auch gar nicht gehen. Nur mal für jeden, der selber noch mit Leadportalen arbeitet, mal ein paar Hinweise. A, rechnet wirklich mal nach, was kostet euch das, was bringt euch das. Und bei anderer Werbung, Plakaten, Radio, Online-Werbung, kann man immer noch sagen, ich habe noch einen Branding-Effekt mit, der noch eine gewisse Wirkung bringt und der bringt wirklich nicht wenig Wirkung. Wenn du meinen Partner gemessen hast, ist wirklich nicht wenig. Bei Leadportalen habe ich das zu 0%. Ich kriege nur den Lead für das Geld. That's it. Und das zweite Thema, mach dir wirklich mal bewusst, wenn du mit Leadportalen arbeitest, egal wie erfolgreich das ist, Leadportale sorgen dafür, dass Preise generell gedrückt werden. Du unterstützt damit die Tendenz, dass das Handwerk weiter verramscht wird. Und das ist einfach eine Sache, die uns jetzt mal wichtig war zu äußern, jetzt auch mal an Zahlen wirklich ausgedrückt mit dem Partner. Ich finde, das Witzige ist ja wirklich, bei eigener Werbung, eine Person bekommt die Anfrage, 15% Abschlussquote, bei drei Leuten, 5%, ein Drittel. Ist ja klar, es geht an drei Leute, er kriegt nur jeden Dritten davon, selbst wenn er eine exklusive Anfrage gekauft. Und wie Marvin schon sagte, es sind auch manchmal wirklich 5 bis 10 Leute, die es bekommen, weil einfach zu wenig Anfragen da sind. Also, was lernen wir daraus? Im Endeffekt, ja, prüf deine Zahlen mal genau. Und wenn es geht, komm von Leadportalen weg, mach eigene Werbung, du hast immer mehr davon. Und keine Abhängigkeit. Wir wissen nicht, was mit dir in der Zukunft passiert. So, viel dazu. Ich hoffe, du hast da was mitgenommen. Wenn du jetzt rausfinden möchtest, wie du das Handwerk aus Social Media Werbung machen kannst, dann haben wir dir ein Video hier verlinkt. Schau da einfach mal drauf. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Lass ein Abo da, das ist ein Abo nach oben da. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.